Ey Sascha, bei mir tut sich gar nichts im Training und irgendwie entwickle ich mich nicht, irgendwie nehme ich nicht Körperfett ab, irgendwie baue ich keine Muskeln auf. Woran liegt es? Und ich sage, es liegt daran, dass du nicht intensiv trainierst. Und viele werden sich jetzt fragen, was heißt denn intensiv? Muss ich jetzt auch 300 Kilo Kniebeuge machen, so wie du? Also, was muss ein Mann ungefähr schaffen? Wir müssen natürlich unterscheiden, wiegst du 70 Kilo oder 140 Kilo? Aber was muss ein Mann ungefähr schaffen? Wobei ich dir unterstelle, wenn du 140 Kilo wiegst, bist du kein Bodybuilder mit 140 Kilo, sondern einfach nur ein dicker Mensch mit 140 Kilo. Und das ist genauso wie Muskeln wie ein 70 Kilo schwerer Typ. Deshalb, also, was muss ein Mann schaffen in den drei bekanntesten Übungen? Das werde ich heute mal vormachen. Frauen immer ungefähr die Hälfte, das heißt, wenn ein Mann 100 Kilo Bankrücken macht, sollte eine Frau 50 Kilo machen. Wenn der Mann untrainiert ist, schafft er in der Regel, ich sage mal 60 Kilo Bankrücken, dann sollte die Frau 30 Kilo schaffen, wenn sie untrainiert ist. Wenn sie trainiert ist, immer so die Hälfte von dem des Mannes. Also macht der Mann 200 Kilo Kniebeuge, macht die Frau 100 Kilo Kniebeuge, weil es eine Frau ist. Ja, aber nicht, weil sie so schwach ist, sondern weil sie einfach eine Frau ist. So, wir müssen also mal unterscheiden, zwei trainierte Pärchen oder zwei untrainierte Pärchen. So, okay, und jetzt gehen wir ins Training an und jetzt gucken wir mal, was möglich ist. Und daran könnt ihr auch messen, hey, trainiere ich wirklich intensiv oder trainiere ich mit Gewichten von einer alten Oma und sehe deshalb auch aus wie eine alte Oma. So, das ist gar nicht böse gemeint, nur Schwarzenegger hat schon nochmal gesagt, train like a lady, look like a lady. Look a lady. Okay, jetzt kommt zuerst Klimmzüge, ist eine sehr gute Übung, um zu sehen, ey, ist mein Arsch zu fett oder meine Ärmchen zu dünn? Die Dame macht zuerst, wie gesagt, Frauen immer so die Hälfte von Männern. Und ihr müsst nicht ganz runtergehen, weil wenn ihr ganz runtergeht, habt ihr vielleicht manchmal das Problem, dass ihr eure Bizepssehne überdehnt. Deshalb los. Show me what you got, baby. Let's go, one, guy, two, three, four, five, fighting, six, seven, eight, nine, ten, eleven. Und jetzt hoch und halten, oben halten, oben halten, genau, cool. Sehr gut. Die Startposition ist etwas über 90 Grad vom Ellbogen her, damit ihr euch eure Rotatorenmanschette, Schultergelenkbereich nicht kaputt macht. 60 Kilo haben wir drauf. One set, one, two, three, four, five. Ihr müsst gar nicht ganz runtergehen. Six, seven, eight. Und ihr seht, das ist zu leicht. Elf, zwölf, dreizehn, vierzehn, fünfzehn, sechzehn. Und wenn ihr nicht mehr könnt, nur noch halten. Siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. Oh, da geht noch was. Da geht noch was. 21, siehst du? Und jetzt halten. Jetzt halten. Jetzt halten. Gut. So sieht es aus, wenn es intensiv ist. Wie viel Gewicht soll ich denn jetzt nutzen? Also, wenn du ein Mann bist, komplett ohne Muskeln, dann kannst du die Gewichte nutzen meiner Frau. Dann fängst du mit diesen Gewichten an. Aber mach dir immer bewusst, dass du die Gewichte einer Frau benutzt. Okay? Und willst du aussehen wie ein normaler, muskulöser Mann. Nicht wie ein Monster. Nicht wie Mr. Olympia. Nicht wie das Monster aus dem Sumpf. Sondern diese Optik. Ganz normale, männliche, muskulöse Optik. Musst du meine Gewichte machen. Natürlich nicht am Anfang. Sagen wir mal 75% von dem, was ich mache. Damit musst du arbeiten. Du musst auch keine 20 Wiederholungen machen. Also, wenn ich heute 20 Wiederholungen auf der Bank gedrückt habe mit 140 Kilo, musst du nicht 20 mal die 140 machen. Aber du musst mit 75% meines Gewichts trainieren. Und dann machst du halt 5 Wiederholungen. Ist egal. Oder 8. Ist egal. Aber bitte nicht mit den Gewichten von meiner Frau trainieren und fragen, warum siehst du so kacke aus. Das ist doch ganz klar. Train like a lady, look like a lady. Das ist von Schwarzenegger der Spruch. Mit dem Beintraining steht und fällt euer Training. Hier haben wir die Kniebeuge. Auch wieder. Guckt euch das an. Immer auf den Streben aufliegend. Und meine Frau wollte jetzt unbedingt 100 Kilo machen. 40 Sekunden wären mega geil. Und wenn ihr nur 20 Sekunden das Ding immer ein bisschen rauf und runter bewegt und in den letzten 20 Sekunden haltet, ist egal. Aber das ist die Übung, worum es geht. Wenn ihr endlich abnehmen wollt. Und wenn ihr Muskeln aufbauen wollt. Und wenn ihr eine geile Fitness haben wollt. Also, Cardiwasculäre Power. Herz-Kreislauf-System. Und nur ein Satz. Geil. Let's go. Lass dir Zeit. Lass dir Zeit. Gut. Mehr Hüfte einbringen. Super. Komm. Jawohl. Rücken sieht toll aus. Richtig muskulös. Hier. Guckt euch mal den Rücken an. Guckt euch mal die Rückenstrecker. Ja. Den Trapezius an. Guckt euch das an. Unfassbar. Unfassbar. Weiter geht's. Okay. Gleich nur noch halten, wenn ich sage jetzt. Drei. Wiederholung noch. Ein noch. Und halten. Nur halten. Nur halten. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Good. Genau so. This is how we do it. Hey Mama. Hey. 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 Vielen Dank.